Servus Pyros! Heute testen wir die Nikoglycerin von Bodmer Pyro-Technik oder auch Pyro-Land. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Video. Nikoglycerin von Pyro-Land oder auch Bodmer Pyro-Technik. Richtig stark, tolle Raketen. Die eine hat inzwischen verloren. Richtig schöne Raketen. Richtig schöne Möschung. Richtig schöne Möschung. Richtig schöne Möschung.